heiho leute und willkommen zu einer neuen folge von ttt mit einer total merkwürdigen anmod ich weiß nicht warum ich heiho gesagt hat jedenfalls mit dabei der bledding namens und der natürlich auch ich der adolfsonik sagt der tts typ geht mir schon wieder auf den sack abgang die runde noch nicht freigegeben aber ich gebe sie jetzt frei hat gerade irgendjemand seinen unterschenkel gebrochen bitte lass mal evo ich will doch nur weg bitte man evo bitte das ist scheiß wenn du mal einen hinterher rutscht das klingt mir wirklich auf den sack und sascha auch sascha das trotz finde ich übrigens gut trader du bist mir sympathisch ich bin nicht froh ich wollte gerade noch schnell auf die crowbar wechseln aber dann wärst du vermutlich gestorben tatsächlich hatte ich die intention dich darunter zu schubsen ja ich weiß ich kenn dich du mongo was ist ja ne lüge bist du schnell weg alter ey boah ich hasse leiter in diesem spiel ausgerechnet jetzt muss es jetzt leer gehen das war doch kein sprung johann sascha das ist ja was anderes das ist es uns beiden ist das liebe ich bin aber kein trainer warum ist schicht die jetzt tot weil er darunter gefangen das ist ja was ganz neues doch ich hab mal auf tab gedrückt da sieht man das nein und wer war das wirklich dann war schien die selbst zumindest mit weg wer es war wer es war sascha wer sonst da sag ich ja dumm einer gesehen ist ja nicht so dass sonic seit runden beginn bei mir ist ist er ja auch nicht der hat ja erst mal oben auf der leiter gehockt ja muss ich kurz einen abseilen oh hab ich dich gott sei der was sascha ne ich dachte ich wollte dir gerade einen headshot geben da dachte ich im moment da jetzt wirklich aus versehen aber ich dachte du willst mich ein bisschen ärgern das licht an mach mal fenster auf ich will deinen namen sehen noch mal platz vor ob er war an die dort ist wasser ledig immer noch da nein alles klar wenn ich die leiter nach oben was hier drüben irgendwie eine leiter nur eine smoke grenade alter das wäre schön gewesen wäre das jetzt ein disco nein ok du willst ok 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 das ist doch der richtige du läufst auch immer dahin ich sage ich bin ich auch schon mal eine patsche zu spieler ich bin auf hausenkos ich gehe traiter die da oben einfach alle weg knallt und da kommt mir ein evo entgegen möchtest du ein spiel spielen bledek schießt in den kopf wenn die granaten los lässt bledek ja genau weil bledek es immer ist genau nicht gut ist mit meinem handgelenk das ist das ist die maus hand der rechten hand was ja jemand hat den shredder angemacht ja evo also ich war es nicht oder vielleicht doch wo war es ich war es nicht ich war schon wieder am weg nach unten hör auf sascha hat sascha echt geschossen hatte nur nicht hat schon wieder jemand alter ich hätte schießen sollen Ohja. Alter Sascha. Was ist denn da los? Naja. Ich passe aus dem IQ meiner Umgebung an. Achso, ja Sascha. Wohnst du dann auch im Keller? Nachmacher Sascha. Du bist ein mieser Nachmacher. Was? 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 In dem Zwischenrohr. Äh. Haha. Nein. Nein. Naja. Ich wusste nicht mehr, dass wir fässer sind. Ähm. Ähm. Boah, jetzt ist mir grad... Ne, den Spruch bringe ich jetzt nicht. Hohoho. War kein Fass. Der wär gut. Ähm ähm ähm. Was ist denn jetzt schon mal los? Haha. Er hört aber auch einfach nicht auf. Nein, 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 nein. Was seid ihr denn alle? Aua, sorry. Das war keine Absicht. Du bist plötzlich nach rechts weggegangen. GG Bleddick. Ich bin echt nicht ganz recht hier sollen. Das war ein Anschlag auf Bleddick. Das war übel. Wer steht denn hier? Das war übel. Schichtilein. Was ist das? Du willst ein Headshot. Aber unter dir ist auch noch Evo. Ja. Ah Gott. Du schießt auf Evo, ich schieß auf Schichti, ja? Äh, ich bin gerade weggegangen. Äh, Evo ist Schussbahn gegangen. Oh. Ist das so verführerisch, ihm in den Kopf zu schießen. Jetzt ist Evo wieder in der Schussbahn. Hab ich jeden Tag. Ja, Evo, ich seh dich. Hi. Hi, Sonic. Achso, Bleddick. Mein Auge. Nein, nein, das war keine Herausforderung. Achso. Lass es! Nein! Evo, das sieht merkwürdig aus, aber ich kratze gerade mein Auge. Ich wollte gerade sagen. Ich kratze mich schon mal Körperteile während der Aufnahme. Ich trau Sascha jetzt einfach mal. Auf, wenn das wahrscheinlich ein Fehler ist. Nein, das ist außerhalbweise mal eine Kunde. Es war keine Herausforderung. Ja, ja, komm. Ich will dich nur im Auge behalten. Ja, ja, ich hab dich auch im Auge. Nur durch mein Ziel. Wow. Alter, ne? Sascha, wir schaffen das. Alter! Ich will abdrücken, aber ich darf nicht. Ich auch. Sascha, wir schaffen das. Geh weg von mir. Ich will. Leck mich. Na komm. Ich mach der Versuchung ein Ende. Alter, ich hab... Ich kann Evo abgeben. Fuck. Suizidbeginn oder was? Was? Achso. 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 Nein, egal. Ja, genau. Hallo Sascha. Genau. Äh. Alter, als ich gerade über den Maschodrat-Zaun hier gegangen bin, dachte ich, du hast mit der Schrotzen geschossen. Das ist gerade fast... Och ne, ne? Jetzt ist der nicht durch meine Inzi gestorben, der Trottel. Hahaha. Ha! Miras Kamer! Miras Kamer? Was macht ihr denn? Er ist gestorben durch... Ne, durch ne Schrotze. Warte mal, blediges Tod. Sonic. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Echt nicht. Wer willst du das jetzt erzählen? Evo war bei mir. Ich hab wirklich nichts gemacht. ich weiß nicht Sascha kann mir das vielleicht sagen Sascha hallo bist du noch da ich hab an der Leiter festgegangen ich hab erstmal ein Zielfernrohr gar nicht gesehen weil ich Tränen in den Augen hatte und wusste nicht wo ich hinschieße als du da auch gehst ja guck dir mein Karma an das Spiel toll 15 Punkte ich schmeiß die Granate weg und dann schiebst du nur da durch was wolltest du sagen also konntest du ja nicht weil ich Korrupt Koritus Interruptus gemacht hab nein ich hab Koritus Interruptus gemacht also was wolltest du nur sagen yo danke für die NC erst mal schauen Willkommen wo bist du runter gesprungen ach macht ein Abgang aus meinem Haus alter Anzeige Fehler Einspruch hier mal gucken vielleicht war er Traitor ja dann wäre die Runde ja auch überhaupt nicht vorbei wir werden Spaß haben mit Bledek nie ne gute Idee einen Atmen zu misshandeln warum sehen wir ja dann Sascha ne ey du raced aber ganz schnell in die Fresse ne 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 ach so ist das eh woher hab ich das ich wusste dass es ist ich lasste eh ich hab oh ja schießt holen Entschuldigung Sonic du bist so ein dreckiges wo wie konnte ich dich treffen du warst bei mir schon hinter der nein ich bin ich da ich bin ich da ich weiß dass es ist aber ich lasse ihn mal Bledek wiederbeleben das ist ein bisschen lustiger ich stand neben ihm als er ihn wiederbeleben wollte ich hab ihn nicht erschossen Evo ich hoffe dass ich hoffe du kannst gleich den Instanteller kriegen ne er kriegt den Instanteller er kriegt einfach zwei hast du jetzt gerade Bledek als Inno wiederbelebt hat der getan du bist ein Volltrott halt Small Bledek du darfst nicht reden du weißt dass die Traitor auch einen Traitor Defibrillator haben ne wär ja langweilig ja richtig ja wär langweilig und ich hab nicht gefailt beim Einkaufen ne ne warum auch ich hab erst überlegt ihn direkt wieder zu töten aber dann hab ich gedacht ne das ist witziger wenn Bledek jetzt einfach wieder rumläuft Bledek du würdest ihm einfach direkt nen Headshot drücken müssen das wär witzig gewesen ne er hatte keine Waffe Aua nicht auf mich schießen ok hallo wieso habt ihr da ohne mich Spaß ach scheiße das ist bledig oh das ist bledig oh alter fuck ich renne los und ich denk mir so so auf wen kill ich jetzt und dann guck ich grün Moment was ist falsch weißt du ich renne oben in den Raum ein guckst du hinter die Ecke steht da steht da irgendwo mit dem Defi ok ja das hab ich gesehen ich hab in dem Moment dich beobachtet ok gehen wir einfach wieder raus tü 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 ich hab nix gesehen ich hab gedacht scheiße jetzt bist du aufgeflogen ne ich bin nett ich bin ja nett ich bin ja nett und nicht so wie manch andere du bist nett und hast ihn dann trotzdem verraten ja so fair hallo ja ne der das war ja so das war ja so dann halt nicht dann halt nicht er hat mich ja erst verraten als bledig wieder äh wieder geläschert ich hab dich ja noch leben lassen guck mal wie nett ich bin hättest du es sogar noch machen können wäre es so gut gewesen aber oh das war weil ich eh gewinne dachte ich mir kommen die Punkte gönne ich jemanden anderen damit ich auch ne Chance habe oh bledig warst du so angestellt dass du so schnell tot warst ich bin oben in das Gitter reingesprungen okay geh so ach springste ich spring los und oh fuck warte mal nein ich bin tot gut ich bin tot matsch ah toll sollte man mal häufiger machen evo ne nicht wirklich lass uns ein spiel spielen putz ja ok oh ja ok wow ihr wixer da hat grad doch hat da nicht grad einer mit weiß aber wir zu bledig Da ist Bleddick. Ich glaube, Bleddick hat sich wieder überleben lassen. Das ist ein Problem. Was? Nicht dein Ernst! Danke. Bleddick hat ernsthaft Second Chance mal bei dir getriggert? Ja, irgendwie schon. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Nur wieder kein Sniper-Duell. Bledd... Hör auf, Sonic. Endet auch mit IEC. Oh, das war der falsche. Ja! Ist egal. Ja, okay, warte mal. Ich helfe Bleddick noch ein bisschen. Seine Chance hatte ich eh schon definiert. Was? 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 He, okay. Oh, schade, Sonic. Schade, was? Oh! Hilfe! Oh, da wurd's angeschossen. Nicht von mir. Oh, nicht von mir. Okay. Leddick! Ferdig! Mama, Platz! Oh mein Gott, warte, 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 warte. Aua. Oh, ich wollt grad abdrücken. Guck mal, wie ich da runterkomme. Oh! Hui! Hui! Lerdick, ich bin hinter dir, alles cool. Ist da oben noch jemand? Ne, ne? Oh, hallo. Warte mal. Warte mal. Aua! Komm! Warte mal! Oh! Hoi, hoi! Wann ist Evo gestorben? Ich hab den abgeklickt neben dir, du Vogel! Ich denk, warum reagiert der denn jetzt nicht? Lappen spielen halt mit einer Silence AWP Lappen. Oh, heult da wieder einer rum. Ich spiel doch mal mit richtigen Snipern und nicht so ne Lappen-Sniper AWP. Das kann jeder. Da braucht man halt keinen Skill für. Richtig. Ist doch langweilig. Ist halt scheiße, wenn schon jeder weiß, dass man es ist. Ja. Dann muss man radikaler spielen. Robert, du hast mir gerade ein Kompliment gegeben, ne? Äh, nein. Ja doch, Robert hat mir gerade ein Kompliment gegeben. Ich sag, AWP, da braucht man kein... Ich hab... AWP, da braucht man keinen Skill... Du hast keinen Skill, mit AWP zu spielen. Nein, das hab ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, AWP, da braucht man keinen Skill für. Das können die anderen wohl bezeugen. Und dann hast du gesagt, ja, deshalb kannst du mit dir auch nicht umgehen. Ja, das ist richtig. Mit AWP? Hä? Wow. Jetzt bin ich... Hast du jetzt auch verstanden? Eingesperrt? Ne, doch. Der war richtig schlecht. Irgendwann nicht verstanden. Nein. Ich hasse Leitern! Nein! Was? Hängst du auf einer? Hast du Leitern? Hast du Leitern? Oh! Äh, hallo. Ups. Sascha, du hast auch schon die Sonne gegeben. Ich wär weiter gestorben. Hast du die Leitern auf die Sonne? Ja? Ja? Ah. Oh fuck. Oh fuck. Plasma runter hoch oder irgendwie sowas. Ja, war ne Plasma. Guck mal, wo der Spaß stattfindet. Tagen wir, es war ne Plasma. Aber ey, wo ist Traitor? Ich mach mal ne kleine Factory-Rundfahrt. Das war wirklich ne Plasma. Ich geb dir auch so ne Rundfahrt. Ne große Rundfahrt. Mach doch nicht das Strom aus! Mach Strom wieder an! Mach das Strom aus! Mach das Strom aus! Mach das Strom aus! Mach das Strom aus! Am Mark! Ich lass doch solche Mongos alles an! Ich brauch'n! Hol's ne Disco! Ich mach's dir an! Lass mich! Jaaaa! Hamburg vielleicht! Warte! 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 Ich glaub da sterbe ich. Ne da will ich nicht rein. Ich seh nichts! Ich seh nichts! Wie langweilig wenn ich kein Traitor bin. Warte ich mal an! Ah! Ah! Jetzt! Hallo Sonic! Oh oh! Alles cool! Ich bin genau! Evo, hallo! Naja und ich vermute ich's nicht. Wer weiß Sonic nicht? Ah! Möchtest du noch mal ein Spiel spielen? Hat gerade so gut funktioniert! Ich hab keine Granate! Ich auch nicht! Ich hab keine gefunden! Ich hab meine schon geschmissen! Ah! Ich hab ne Disco! Oh! Ich schick die euch zu hoch! Bitteschön! Hallo! Ich hab ne Disco! Ich schmeiße euch hoch! Er schmeißt die wirklich! Ich glaube Sack! Ich mach mit! Warte ich werf auch noch einer! Ich hab mich fast gekillt! Ich wär beinah von der Rutsche runter gesp... flogen! Nicht gesprungen! Gesprengt worden! Ja doch das kann man sagen! Ich hoffe mal dass da oben noch einer steht! Warte mal die kommt nicht oben an! GG! Warte mal! Oh oh! I believe I can fly! Das wäre schön gewesen! Herz wirklich abgehoben! Aber du Feigling bist ja weggerannt! Wie? Ich bin weggerannt! Ich dachte ich bin extra nochmal wieder dahin gerannt! Ne ne! Die war noch über dir! Hier! Da Evo! Du! Direkt an den Kopf geschmissen! Du! Okay tschüss! Tschüss Schichti! Also Schichti ist weg oder was? Ja! Ja! Also Schichti ist das? Ja komm jetzt killt ihr nicht einfach random! Och Mann! Ich wollte was sagen! Ne das wäre unfair! Och Mann! Ist ja lustig wenn das ist! Ja! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Flieg raus! Jetzt willst du hin! Soll ich willst wissen! Nein hör auf! Ist er wieder! Warte! Warte ich ziehen kurz! Ich tapp kurz raus! Wie ihr tötet mich hier! Säcke! Hallo! BAM 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 BAM! Hallo! BAM 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 BAM! Da nicht getroffen! Internet sagt nein! Jetzt ist er weg! Computer sagt nein! Okay dann war Evo! Ja und dann? Tja! Einer weniger! Diese Runde ist es leider Evo! Ja! Ich glaub es auch! Ist ja so! Ja ja! Ja ja! Ja toll! Jetzt wo ich aufs Sniper gewechselt habe du Sackrate! Geh weg von mir! Ein Sniper-Duell machen! Ja macht mal ein Sniper-Duell! Er schießt damit was Anderem! Ich bin's ja! Deswegen! Ich nehme da Bladdix Leiche und belebe ihn dann wieder! Hast du ja letztes Mal schon so gut geschafft! Ja hab ich ja! Ich hab ihn ja wiederbelebt! Wird ihr mal aufhören hier drauf zu schießen? Wow! Da ist irgendwer tot! Ich hab's jetzt nicht gesehen! Wer? Oh ne Kiki! Ah ok! Schieß mich ruhig! Wer ist es denn da? Ich bin so ein Idiot! Bladd! Das siehst du! Gut! Ok! Sascha! Du bist es! Sascha! Du bist es! Äh, 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 fack. Kann man das erklären? Hm? Weiß auch nicht. Warum haben jetzt eigentlich alle nicht geredet? Keine Ahnung. Geht er nicht da oben drauf? Schade. Oder? Leu? W-warte. Was? Ach komm! Ich schieße extra nicht. Was soll ich... Oh, Kiki. Ich hoffe, er wird. Ja, ja, Sonic. Fynn. Vergiss nicht, ich bin dein Vater. Ich habe dir das Leben geschenkt. Du Arschloch. Erstmal was futtern. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Darf ich reden, weil es sonst so still ist? Ja. Okay, cool. Und das letzte Runde. Danke, ich darf ja eigentlich nicht reden. Der Traitor unterhält ja nicht. Eben. Nope. Er hat leider keinen Traitor. Ja, irgendwie... Hodensack. Sack-Hoden. Ach, ich war nicht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hast du mal auf, auf mich zu schießen? Oh, leider. Ah, der hat gesessen. Es ist vorbei in 5. 4, 3, 2, 1. Nicht mal für ein Selbstmod reicht es. Doch, das reicht noch. Easy, was könnt ihr eigentlich? Ich mache Eno Kibbeln immer noch Erster. Sorry, Bladdick übrigens. Und dann halt jedenfalls. Ich danke euch. So, Bladdick war ja Traitor. Ja, ich habe das irgendwie verpeilt. Nein, war er nicht. Erst beim zweiten Mal war er Traitor. Er hat sich ausgegleicht. Beim ersten Mal sind Kibbeln, da war ich verpeilt, weil ich dachte, er schießt auf Evo. Ja, leck mich. Das hättest du wohl gerne. Ich danke vielmals für's Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Traitor and Terroristown. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis.